Auf der Magdeburger Frühjahrsmesse wird aus dem Autoscooter heute Vormittag eine Kirche. Dort, wo gestern Abend noch Musik dröhnte und Wagen ineinander krachten, feiert Klaus Zeebe Gottesdienst. Zeebe ist Schausteller-Seelsorger der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Er tauft und konfirmiert, er verheiratet und beerdigt. Alltägliche Aufgaben im Pfarrdienst mit einem Unterschied. Der Pfarrer fährt seiner Gemeinde hinterher. Wie seine Schäfchen ist auch Klaus Zeebe viel unterwegs. Heute in Magdeburg, in drei Wochen feiert er Gottesdienst beim Spargelfest in Osterburg. Und Pfingsten ist er in Haldensleben und Tangermünde. Was er braucht, hat er im Gepäck. Talar, Gitarre, Lautsprecherbox, Mikrofon. Bei der Taufe habe ich noch einen Taufkoffer. Bei einer Geschäftseinweihung habe ich die Utensilien für eine Geschäftseinweihung. Für einen normalen Gottesdienst, Alltag, Kreuz, Kerzen, eine Tischdecke, ein Antipendium. Deswegen bin ich immer mit so einem Grundequipment unterwegs. Der Autoscooter ist ideal für den Gottesdienst. Von oben bleibt man trocken, die Seiten sind offen und in den kleinen Fahrzeugen können es sich die Gäste einigermaßen bequem machen. Als Schausteller-Seelsorger ist Klaus Zeebe Pfarrer und Küster in einer Person. Kreuz und Kerzen auf den Biertisch, schon ist es ein Altar. Sein Talar ist weiß, schwarz gilt als schlechtes Omen. Der traditionelle schwarze Talar, so ein altes Gewand der Geistlichen. Der Richter trägt ja auch noch so eine Robe, im Grunde so ein universitäres Gewand. Da würde die Farbe sozusagen eher die Leute abschrecken. Zehn Uhr ist ganz schön früh, wenn sich am Abend zuvor Karussell und Riesenrad bis in die Nacht gedreht haben. Trotzdem versuchen viele, den Gottesdienst zu besuchen. Ja, ich merke einfach, die freuen sich, das ist ihnen wichtig, dass sie zu einer Gemeinde gehören, zur Schaustellergemeinde, also auch im christlichen Sinne zu einer Gemeinde. Frömmigkeit, Christ sein spielt da eine große Rolle und dass sie einen Pfarrer, eine Pfarrerin haben, die sich um ihre Belange kümmert, sich für sie interessiert, das ist ihnen unheimlich wichtig. Gleich um zehn ist Schausteller-Gottesdienst mit Zirkus- und Schausteller-Seelsorger Klaus Zeebe auf dem Autoscooter auf der Messe in Magdeburg. Aus der Kirchenredaktion Torsten Kessler.